Okay, Fischtyp, komm. What? Leute! What? Vollbild, man! Boah! Auf zwei Euro, digger! Krank! Boah! Was? 4.000 Euro, man! Krank! Boah! Boah! Leute, echt krank, man! 4.000 Euro! Erste Spiel! In live! Bambastisch! What a infieldiger! Ich sag ja noch, er kommt wenigstens Fischstück! Bam! Vollbild! Alter! Erste Mal Deluxe und auf zwei Euro beim Fixed hab ich schon mal eins plus eins. Zweimal hintereinander. Krank! Vollbild! Live! Ich war in der Baie! Mega! Ich hoffe, dass es die Tausend Euro werden jetzt! Ich bin der Baie! Ich bin der Baie! Ich bin der Baie! Wir sind der Baie! Es ist der Baie! Ja, da war noch letzte Runde, hab auch 2 Uhr gestellt, dann fängt es an bis zum Lams und zwischendurch, da Freispiele Klassik und so. Was ist das? Was ist das? Zocken Alter Wie lange dauern die eigentlich keinen Arm, bis die leer sind Ja, klar, jetzt nicht mehr raus, morgen Danke, keine Ahnung Schon krank, ja? Vorbild auf 2 Euro Da bin ich mal gespannt, was hätte er gemacht in einem anderen Spiel Zum Beispiel Lacky Lillis oder so Ob das gleiche, was gekommen wäre, so ein Gewinn Ja, brauchst du mir die Filme zu hören 10 Stunden für tausend 1,5 1,5 14 Tach, tach, tach Es wird aufgeschrieben für morgen Entweder morgen komme ich direkt 8 Uhr und werde es selber auszahlen oder ich lasse mir auszahlen Ja, 4.010 Stunden Ja, 4.010 Stunden Ja, 4.010 Stunden Boah So in den 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 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 Und dann hier, Bäm. Krass. Nee, 5.000 macht er nicht. Vielleicht macht er jetzt noch mal voll Bilder. Stell dir mal vor, Digga. Ja. 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 Ärster Spiel. So. Weitern. Alk. Letzte war so klein.